acht oder neun. Unrecht starker Trupp jetzt hat. Die Krieger Rohan suchen Schutz in Helms Klamm, aber viele werden dessen Tore niemals erreichen. Jetzt ist Gandalf bei uns in der Armee von Ionir. Ziehen wir, ja. Und... Wollen wir die Wohlt machen? Ja, wir machen Wohlt. Da kriegen wir nochmal plus 20% mehr Rohstoffe. Das würde uns gut tun. Und dann kann ich nur sagen, viel Spaß beim Zuschauen und ja. Der Wohlt ist das nördlichste Teilgebiet Rohans. Viele Zeitalter lang lebte kaum jemand in dieser verlassenen Gegend. Besiegt alle Truppen des Bösen. Und gleich mal viel Lager. Dann tun wir mal die Augen drücken. Holst eure Macht, bleibt wachsam! Reiter dabei! Mutig voran! Erbt mir hier meistens... Rohan darf nicht untergehen! Lass uns ausjagern! Lass uns ausjagern! Wir tun was in unserer Macht steht! Lass uns ausjagern! Dann machen wir hier noch eine Startruhe. Es könnten Orks in der Nähe sein! Und der schöne Gangdandalf ist halt ja die Führerschaft und alle unsere Einheiten kriegen plus 300% Kampferfahrung. Das ist super! Haltet eure Hürden bereit! Schaut euch um mich, meine Freunde! So einen Aufbau muss ich auch sagen, habe ich noch nie gemacht, dass ich hier direkt so viele Statuen baue. Oh, Gandalf, das stimmt. Gandalf kann man auch mit den Regierern nach und nach mitschicken. Dann kriegen die auch noch mal extra Level. Wir haben ein neues Gehirn! Reitet aus! Brechen wir auf! 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 Vielleicht können wir ja bei Creeps uns holen. Heers. Ja. Ja. Ja! Hier. Ja. Tja! Okay, aber nicht. Ich kenne dich umzuschicken. Ja! Machen wir hier wieder ein Tor hinten hin. Ich glaube, das könnte nicht verkehrt sein. Hier haben wir noch ein paar Lagerplätze, wo wir die Höfte bauen können. Ich kann mich halt an diese Map überhaupt nicht mehr erinnern. Weil ich meistens eine andere Map noch mal hatte, wo ich gut gespielt habe. Aber das soll ja nicht unser Problem sein. What? Ne, geht mir hier mal rein. Weil das ist mir auch recht neu. Moria-Oax. 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 Sie haben angegriffen. Gandalf hat ihn ganz gepflegt erwartet. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld. Ah, die bauen jetzt erst einmal hinter uns alles auf. Weil wir ja gekonnt warten erst einmal. Gut. Oh, das ist ein riesiges Lager von denen. Okay. Weg, 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 weg. Wir werden uns dort sammeln. Vorwärts. Wir müssen zusammen bleiben. Vernichtet dieses Übel. Sie haben angegriffen. Haltet die Augen offen. Rein mit euch. Guck, guck. Was macht anderes? Diegelohr. Ja. Ähm. Einmal. Zweimal. Ah, die gehören zu diesem Guard. Weil wir jetzt sehen, dass die gebaut werden von dem Auge sauerungs. Wir müssen zusammen bleiben. Für dich ist in dieser Welt kein Platz. Aber die sind irgendwie neu, dass die hier sind. Was haben wir tun? Wir tun, was in unserer Macht steht. Wir werden angegriffen. Lasst keinen am Leben. Schlag, lass zu. Rück zu. Lass die Hoffnung nicht fahren. Wir dürfen nicht wanken. Dann würde ich sagen, steigen wir mit. Das ist unsere Stunde. Nimm auf mit dir. Das hört mir zu. Lass uns Orks jagen. Dann bereiten wir mal ein bisschen um. Vorwärts. Ich glaube, dort ist der Feind. Folgt mir. Los. Folgt mir. Machen wir mal Gruppets rein. Hier hoch und... Benutzt alles als Waffe. Seid schapfer, Freisassen. Gebt mir mal hier hin. Okay, jetzt kommen wieder einige. Wir reiten nach Hause. Der Feind in Deckung, Männer. Vorwärts. Unser Land besinkt im Schatten. Wenn es sein muss. Schied eure Waffen. Oh, der hat schon eine Ramel. Nicht entschied. Stalt eure Wälder. Sieht euch zurück, Männer. Der Feind ist schon aufgestiegen. Der ist sehr gut. Wir haben angegriffen. Wir nutzen alles als Waffe. Und zwar mit der Gandalf. In der Tür am Kirchen aufsteigen. Er ist halt auf einem sehr schwerer Welt. Ich glaube, der passiert dann möglich. Irgendwas mit 3.000. Oder mehr. Wir müssen unser Land verteidigen. Wir müssen unser Land verteidigen. Wir müssen unser Land verteidigen. Wir dürfen nicht zeigern. Aber dafür ist er halt auf South Park. Der Feind wird stärker. Reiter der Marce. So, ich habe eigentlich nur Angst vor. Ah, hier sind bloß ein Balanzenträger, die können nur ruhig kommen. Und das Gute ist, Gandalf kann halt auch auf den Reiz hier. Wo schaltet man schnell aus? Ganz einfach. Ja, die Reifen an! Abscheuliche Kreaturen! Folgt mir! Beeilen wir uns! Feuer! Verteid dich dieses Land! Folgt mir! Beeilen wir uns! Ja! Folgt mir! Wir sind die ganzen Moria-Opzentlich hinweg. Ich glaube, da gibt es noch so viele. Oh ja, da gibt es richtig viele noch. Kommt mir! 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 Ich habe gerade zehn, Gandalf hat auch schon... Ups! Zerstöre alle Lage des Bösen! Vernichte die Orks in diesem Gebiet! Kaufe drei... ...Bataillone geschmiedete Klinge! Okay! Rohan darf nicht untergehen! Hm! Vorwärts! 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 Und nochmal einen Tor! Und noch einen Tor! Vorwärts! Vorwärts! Wir reiten! Los! Ja! Abscheuliche Kreaturen! Wir haben das Lade des Heines gefunden! Und ich muss auch sagen, das ist das... Das ist das wirklich das erste Mal, dass ich diese neppchen Spiele... Was da mal... Machen wir das... Machen wir das... Machen wir das... Machen wir das... Hier machen wir... Und dann noch... Drei Gehöfte... Was passt dann? Dies ist unsere Stunde! Der Schießstand ist bereit! Los! Seid schapfer, Freisassen! Wir haben ein neues Gehöft! Haltet eure Bögen bereit! Das Gehöft ist fertig! Wir fallen in Deckung, Männer! Macht euch kampfbereit! Wir können die Stallungen jetzt loswerden! Verteidigt dieses Land! Unser Volk braucht uns! Volkt mir! Ja! Rück zu! Für den König! Kiwi und wir sind jetzt auf Franzin! Das erste Mal, dass ich den, bevor wir nach Helms klangen kommen auf Franzin hab. Ja, die versuchen hier drauf zu ballern, wenn sie ruhig. Hier ist aber Ballisten, das ist unfilmend und zwar ganz gewaltig. Wir tun was in unserer Macht. Schaut euch um mich, meine Freunde. Schaut euch um mich, meine Freunde. Haltet eure Stellungen. Haltet ein. Wieder mit euch, ihr Bestien. Nicht auf meinen Gutes, das ist immer drückt. Und zwar noch länger. Verteidigt dieses Land! Verteidigt dieses Land! Wir kommen zu spät. Wir haben ein Gewicht in euch gefetzt. Los! Macht euch kampfbereit! Beeilen wir uns! Vorwärts! Sie greifen an! Ja, hier drauf, ich bleib mir ein bisschen zur Höhe, weil ihr in den Lieden habt. Wie geht das auf? Männer Rohanz! Achtung, Stimme! Ich hab' gerade gedacht, dann darf er gestorben. Für dich ist in dieser Welt kein Platz. Männer Rohanz! Auf, auf! Haltet die Augen auf! Erschieß sie! Die Schlacht wartet! Feind wird stärker. Für dich ist in dieser Welt kein Platz. Für dich ist in dieser Welt kein Platz. Du! Da drüben! Ich drehe alle Feinde Rohanz! Reitet aus! Die sind gut beschäftigt, hier sind sie auch beschäftigt. Oh, hier denn! Haltet die Augen offen! Zeig keine Furcht! Ja! Lasst uns aufzuhaken! So! Kein Fall! Verteidigt dieses Land! Das sind die Belagungswerke. Folgt mir! Los! Feind wird stärker! Vernichtet diese Himmel! Der Feind ist unter euch, Männer! Der Feind ist hier! Schlag an uns! Zurück in den Schatten! Ich hoffe, das war nicht ihre Teste hin. Lasst uns aufzuhaken! Ansonsten können wir Dandalf nicht mehr auf Stufe 7. Das ist jetzt schon sehr wichtig, dass wir Dandalf auf Stufe 7 finden. Das ist nach einem Festung. Macht euch krassbereit! Das ist eine Festung, aber ich werde ihn nicht noch getötet. Ich werde ihn noch nicht vernünftet. Das ist gut. Machen wir mal 4 Rohieren-Trupps, die wir brauchen. Hier werden wirklich fast nur ausschließlich Gehöfte und ein Brunnen und ein Start-Trupp bauen. Und hier ist das nicht, dass es sogar fertig ist. Wir haben ein neues Gehöft! Wir werden wirklich nur die Tromstürme hin best班! Schaut euch oder ich meine Freunde! Osten halt 800, aber da sind sie super. Ich weiß halt bloß nicht ob wir 1, 2 vielleicht abholen müssen, damit wir die Reiterschilde kriegen, weil jetzt halt haben wir doch einige auch ohne Reiterschilde und wir sollten schon welche nehmen mit Reiterschilde, denn Reiterschilde sind awesome und wichtig auch. Wir müssen jetzt einfach mal schauen, was die alles haben. Wir sind bereit zu können, noch mehr Truppen versorgen. Bleibt hier, können keine weiteren Einheiten befehligen. Der Feind, Entdeckung Männer! Kriegt der das noch hin? Ja, kriegen sie noch hin. Müssen wir hier wirklich mal hinschauen, ob da Lagerungsgeräte stehen. Weil jetzt hätte ich auch gedacht, dass hier... Oh, da steht nur ein Lager. Okay, dann ist das... Geht jemand hier runter? Oh, da... Oh... Nee, das gefällt sich nicht. Hier runter... Holt eure Waffen! Holt eure Waffen! Rettet! Oh, hier hin! Wir laufen hier hin. Dann schauen wir nochmal hier hoch. Nochmal bis der Maximum wieder voll ist. Unser Land versinkt im Schatten. Haben wir... Nein, wir haben keine Rüstkammer. Dann würde ich fast sagen, ich reiß mal ab. Reiter der Markt! Wir reiten! Wir reiten! Wir werden angegriffen! Vereilen wir uns! Folgt mir! Und dann werden wir hier nochmal eine Rüstkammer hinbauen. Wir sind bereit zu kämpfen! Vorwärts! Und dann schauen wir mal, dass wir Gandalf leveln. Haltet sie von uns fern! Das ist nämlich sehr, sehr wichtig, dass wir Gandalf leveln. Macht euch kampfbereit! Wir müssen das böse vernichten! Werft sie alle nieder! Verteiligt dieses Land! Sie haben das Gebiet, ja? Attacke! Vorwärts! Wir reiten! Ja, das dauert einfach ein bisschen. Immer mit Gandalf jetzt auch. Aber es schattet sich immer hinterher. So, da bauen sie jetzt halt was auf. Das ist mir dacke wie Hose. Leiter da nach! Wir werden uns dort sammeln! Seid bereit! Nein, 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 nein. Ich hab falsche Taste getrückt. Sannelt euch, Jäger! Wir werden uns immer an diesen Tag erinnern! Oh, wie viel ist doof! Wir müssen unter Letzt verteidigen! Nr. 2! Sie haben angegriffen! Volgspiel! Los! Die Schilde für die Reiter sind hier! Rohheeren! Da! Schilde mal! Männer Rohhans! Ihr kriegt auch nochmal Schilde. Dann machen wir das hier alles. Dies ist unsere Stunde! Los! Verteidigt dieses Land! Beeilen wir uns! Wir reiten! Ja! Unser Land versinkt im Schatten! Los! Weil es muss ja nicht unbedingt der Gegner haben! Dann bauen wir hier die ganzen Türen erst einmal auf! Hier ganz normal bis auf ein Feld machen wir hier überall Bauernhöfe! Lasst uns Ochs jagen! Vorwärts! Da! Wir haben ein neues Gehirn! Wir haben ein neues Gehirn! Wir haben ein neues Gehirn! Das Gehirn ist fertig! Auf, auf! Die schwere Rüstung ist fertig! Seid bereit! Jipp! Wir müssen jetzt auch bloß miteinander 4 hin! Vielleicht mit 1, 2 Euro hier hin! Brechen wir auf! Mutig voran! Wir müssen bereit sein! Dann können wir denen noch ein Bild kurz lecken, bis er Level 7 ist und dann noch mal hier in der Schicht unschaffen. Bleibt wachsam! Da haben wir auch noch was! Sieht eure Waffen! Das neue Upgrade ist bereit! Das dunkle Feuer wird dir nicht selbst! Gehen fort! Fliegt, Schattenfeld! Zieht euch zurück! Oh, das kriegen wir eh nicht down! Fliegt, Schattenfeld! Holt eure Waffen! Jetzt haben wir von Stufe 9 am Rohrhin getroffen! Und wie gesagt, wird so viel EP zusätzlich noch bekommen! Das ist unglaublich! Zieht euch zurück! Geht, jetzt! keine hoh stoffe dadurch aber das ist ja nicht so schlimm gleich auf stufe 2 wir werden uns dort sagen ich sage das bannero hat haltet die augen offen wird jetzt hier ein bisschen leveln da kriegen wir ja unsere regieren hier das ist aber sehr gut möglich dass wir jetzt aufrufe 3 raus ist doch gut bereiten macht die mal kaputt die dunkelheit Wie sieht das jetzt seit hier drüben aus? Bei mir fehlen irgendwie Einheiten vom Gegner. Okay, Riesengard kosten die Einheiten jetzt, das sind jetzt alle gradwillig. Wir haben einiges an Rohstoffen auch kaputt gemacht. Da drüben! Der Feind, Entdeckung Männer! Zurück in die Dunkelheit! Mal gucken, ob die Tüfe drei werden, aber sie kriegen jedenfalls einiges an Erfahrung. Das ist sehr gut. Weil wenn wir dieses Gehöft jetzt zum Beispiel verlieren, das ist jetzt gar nicht so schlimm. Wir müssen halt hier schauen, dass wir einiges wegkriegen. Flieg! Schattenfeld! Der Fall ist unter uns, Männer! Macht euch bereit! Attacke! Macht euch bereit! Flieg! Schattenfeld! Bald! Flieg! Flieg! Schattenfeld! Das dunkle Feuer wird dir nichts nützen! Hm, hier kommt kein dunkles Feuer dann da. Äh, wüsstest du nur... Schattenfeld! Flieg! Schattenfeld! Flieg! Schattenfeld! Flieg! Schattenfeld! Flieg! 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 Schattenfeld! Flieg! Schattenfeld! Wo sind die? Ah, die Funde. Dann machen wir hier das. Macht mal das hier bitte auch noch kaputt. Dann kommt er nicht auf die Idee, mehr irgendwelche lästige Sachen wie Pallisten oder so zu bauen oder rammeln. Und man baut Einheiten, damit wir... Und es dauert ja eh nicht mehr allzu lang, wie hier ist es nicht. Wimmel ist mir kommt dem nicht überhaupt nicht bekannt vor. Entweder ich bin da bloß Isengard durchgerannt, weil dann nicht wirklich schwierig war. Oder ich habe es verkackt, die zu machen. Wann auch gut sein. Okay, hier hat er... Das wäre halt super, wenn er hier entweder Rohstoffgebäude baut oder mehr KC nennt, damit wir besser lärmen. Aber diese Chance, denke ich, macht er nicht. Was sollen die tun? Aha, wieder Einheit zum Überreiten. Und go! Gandalf! Okay, nicht mehr viel. Gehen wir mal hier runter. Und sobald Gandalf Stufe 7 ist, machen wir den Kugelfehl. Machen alles platt. Ja, die brauchen noch einiges. Vor allem Zeitkauchen geht das gut. Wir haben angegriffen! Kreatur des Stammens! Wir müssen alles handeln! Der war jetzt heute nicht für andere Schlecht. Wir machen es gut. Feind an Stärken! Reiten! Reiten! Ah, das grünen wir doch noch hin, dann kriegen wir immer... Da sind sie! Wir werden angegriffen! Ich finde, ähm... Bei der guten Kampagne kriegt man viel, viel besser die Helden auf... Höhere Stufen wie in der bösen Kampagne. Okay, in der bösen Kampagne hat man auch nur voll zu viele Helden. Und dann kriegen wir den Kampagne, dann kommt man auch nicht viel Helden. Okay, ich habe gesagt, dass wir dann einen Kugelfehl machen. Und jetzt hat er gesagt, habe ich es getan. Da. Sie haben angegriffen! Jetzt hat er gesagt, äh, kriegt Gandalfreed auch keine EP mehr. Das sollte jetzt auch gleich kaputt sein. Wir haben sie aus diesem Land verjagt! Wir mussten eigentlich nur noch diese Vorposten hier zerstören. Schauen, wo welche noch sind. Dies ist unsere Stunde! Dass das hier hinten noch einer dann ist. Wir haben den Feind verpflichtet! Oh, der raut schon wieder ran. Lasst uns ausjagen! Okay. Der Geomi hat auf Rang 10 2000 Lebenspunkte. Und macht 140 Schaden. Sau geil! Ja, ähm, Gandalfreed hat mit 100 Schaden eingefügt, macht 160. Mit Stufe 7. Er hat 2200 Wälder. Der hat halt wirklich nicht viel gegen Kugel hinzu, aber ist halt einfach an sich ein saustimmiger Helfer. Vor allem, äh, Wort der Macht. Können wir gar nicht einschätzen, auch wenn wir schon Stufe 7 sind. So. Dieser Sieg wird unvergessen bleiben. Ausgebildete Einheiten haben wir nicht allzu viele. Errichtete Gebäude 50. Gesammelte Rohstoffe 76.000. So. Ähm, ein Fähigkeitspunkt haben wir uns noch verdient. Bei den Bonus-Missionen haben wir es geschafft. Ähm, Gandalf und Eomir sind noch mal aufgestiegen. Äh, 14 Truppen sind auch aufgestiegen. Und, äh, Gebietspunkte haben wir 2000 noch da bekommen. Und insgesamt haben wir 96.000 Punkte gekriegt. Und Pult haben wir jetzt halt erfolgreich abgeschlossen. Und wir kriegen 20% mehr Rohstoffe noch zusätzlich. Gandalf Stufe 7, ja. Äh, Eomir ist, äh, Stufe 10. Ähm, ja, viele Stufe 7 haben wir. Ja. Nicht schlecht würde ich meinen. – Ähm, ja.